Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im ULNs Resort mit Belle und mir. Ja, MyKondo ist leider immer noch nicht wieder dabei. Boah, böser Höhlen-Sound gerade. Der ist ja krass. Wow, der war ja heftig. Ja, auf jeden Fall wird MyKondo die nächste Zeit wohl eher ein bisschen weniger. Die ja dabei sein können. Das ist einfach, ja, arbeitsmäßig. Das ist so enorm viel bei denen gerade und ja, deswegen funktioniert das leider nicht. Ich muss hier mal kurz ein bisschen leiser machen. So, und ja, deswegen bin ich alleine. So schlimm ist das gar nicht, oder? Nein. Gut, im letzten Part haben wir gesagt, wir suchen einen Dschungel. Ja, der Upload-Plan ändert sich auch ein bisschen. Also es kommt jetzt, habt ihr ja sicherlich gemerkt, heute auch ein Part. Und nicht nur Samstag und Sonntag. Also es wird jetzt Resort wieder täglich geben, außer montags. Montags, ja, gibt es dann eine kleine Resort-Pause. Es wird sich noch ein bisschen mehr ändern. Es wird noch ein neues Projekt kommen. Allerdings kann ich dazu jetzt im Moment noch gar nicht sagen, wann es kommt, wie schnell das Ganze geht und was es wird, das verrate ich natürlich noch nicht. Gut. Ja, also in dem Fall haben wir noch zwei Parts, genau, heute und morgen den Part, wo wir noch ein bisschen buddeln können und gucken können, dass wir vielleicht einen Dschungel finden und dass wir dann zurückkommen. Denn wir hatten ja gesagt, am Sonntag hängen wir dann schon mal Fakten auf, ne? Ja, genau, und das machen wir dann im Part am Sonntag. So, dann werde ich jetzt mal hier ein bisschen weiter buddeln. Noch, ich muss mal eben kurz gucken, wir tun einfach ein bisschen Schummeln. Wir spieken so ein bisschen, in welchem Biom wir sind. Jetzt muss ich das kurz suchen. Block, Schank, ja, Schank, äh, hm. Ach da, äh, Beach, Beach, Beach. Hatte ich, glaube ich, schon nachgeguckt gehabt im letzten Part, ne? Ach, das kommt, wenn man sich mit anderen Dingen, ähm, beschäftigt dann in der Zwischenzeit, dann, ähm, ist das sehr, alles sehr durcheinander. Also, ich muss sagen, bevor, die Maus ist voll schnell, also die Bewegung hier. Das ist wirklich enorm schnell. Und ist wohl das andere Spiel, was ich gerade vorbereite und noch nicht verrate, ein bisschen Träger in der Steuerung. Aber da gewöhnt man sich schon dran. So, okay, also wir waren, ähm, Beach, hatten wir gesagt, ne? War das jetzt? Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß gar nicht, hatten wir nachgeguckt, ob das Ozean war? Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass es auf jeden Fall, ähm, Ozeanbejungen war, weil wir da ja die Unterwasserhöhle doch hatten. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass es das nur Ozean gibt. Also, wir scheinen auf jeden Fall momentan neue, ähm, ja, neue Chance zu laden. Da ist ganz schön ruckelt zwischendrin. So. Ich will gucken, wie viel Inventar habe ich denn? Oh Gott. Voll. Alles, äh, voll. Aber, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wir haben ja hier, oh, noch mehr Eisen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, ähm, alles, wir sind ganz schön tief, wir sollten wieder ein bisschen weiter nach oben. Wir sind, äh, ja, zwei tiefer gegangen gewesen, doch wegen der Unterwasserhöhle da. Ähm, genau, da bauen wir uns jetzt einfach wieder mal ein bisschen nach oben. Ähm, genau, wir können ja hier einfach die Kisten auf den Weg stellen. Äh, äh, Gold auch noch. Denn, ähm, die sammeln wir dann ja sowieso ein unterwegs. Ist also so gar nicht, äh, schlimm hier. Das ist ganz praktisch, wenn man so ein Ding hat, irgendwie, wo man dann, ähm, sich aufhält, ne? Also, wir haben jetzt hier diese eine, ähm, ja, die eine Strecke, ganz gerade alles, ne? Und, äh, wenn man dann da farmt, da kann man dann überall seine Kisten irgendwie hinstellen. Und, ähm, es geht nichts verloren. Man kann dann einfach das wieder einsammeln, wenn man dann unterwegs ist, zurück oder so. Das finde ich ganz, ganz nett an dieser Sache. Das macht das Ganze noch, ähm, ja, entspannter irgendwie. So, ich höre schon wieder Lava und, ähm, Inventar ist sowas von voll. Habe ich eigentlich eine Werkbank dabei? Nein, habe ich natürlich nicht mitgenommen, oder? Ich gucke noch mal genauer. Nein, habe ich nicht mitgenommen. Nicht, dass ich jetzt eine mache und habe schon eine. So, dann stellen wir die mal eben auf und, ähm, ich stack mal schon mal den Redstone. Ich denke, da kriegen wir einiges, ähm, zusammen. Genau. So, da haben wir dann schon wieder ein bisschen, äh, Platz. Hier haben wir noch mehr Redstone gehabt. Okay, ich nehme das mal alles mit hier. Solange es geht, nehme ich das alles mit. Ähm, ich würde jetzt, ja, eigentlich schon ziemlich bald nach oben, äh, wollen einmal. Ähm, ich gucke jetzt auch, im Moment nicht nach, ähm, was wir da oben hätten. Da lassen wir uns jetzt überraschen. Mal gucken, was nach dem Strand kommt. Ich bin ja gespannt. So. So, ähm, ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir jetzt nochmal wieder nach oben gehen. Denn, ähm, wir brauchen auf jeden Fall jetzt nochmal ein, ja, ein, ein Lagerplatz, ne, für unsere ganzen Sachen. Weil am Dungeon sind wir auch gar nicht nach oben gegangen, ne? Da sind wir jetzt ja nur im Dungeon. Die Haltestelle ist ja eigentlich nur, äh, drinne. Und, ähm, jetzt gehen wir dann nach oben. Ja, komm, das bietet sich hier an. Hier können wir eine kleine Nische ausheben. Da haben wir jetzt sowieso recht viel, ähm, Kohle. Ah, guck mal, wir haben schon Level 36. Wenn wir dann zurück sind, dann können wir wirklich, ähm, viel verzaubern. Das ist, äh, klasse. Also auf jeden Fall können wir schon mal, ähm, zwei Verzauberungen mit, äh, Level 30 machen. Ah, hier ist noch Eisen. Das nehme ich natürlich auch mit. Well, du schubst mich die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht so nett. So. Joa, hier machen wir, äh, uns die, uns die, äh, Nische rein. Für Küsten und, ähm, die Werkbank können wir da hinstellen. Ähm, ich würde jetzt hier erstmal kein Ofen. Ich denke, ein Ofen ist jetzt nicht, äh, notwendig. Brauchen wir ja nicht an jedem Ausgang. Und wenn wir mal einen brauchen, wenn wir hier sind, können wir immer noch einen im Nachhinein machen. So, aber Kisten brauchen wir. Ähm, ich mache erstmal eine Doppelkiste. Ein bisschen, ähm, sparsamer sein, weil wir nicht genug Holz bei haben. Ähm, ähm, Kisten, da. So. Dann, äh, packe ich jetzt einfach erstmal rigoros alles aus. Äh, die auch. Werkzeug essen behalte ich natürlich. Und meine Stiefel behalte ich auch, falls ich die brauchen sollte, dass die kaputt gehen. So, also hier haben wir auf jeden Fall nochmal schönen Höhlen-Sound. Und, ach komm, wir machen gleich Treppen. Wir bauen uns dann gleich richtig nach oben. Ähm, müssen ja sowieso noch die ganzen, ähm, Ausgänge, die wir jetzt, ähm, schon gebuddelt hatten. Ne, wir, die, ich glaube, das sind drei oder vier Stück sind es mittlerweile, ne. Müssen wir ja auch noch, ähm, ähm, ich lass dich mal hier, ich hol dich später. Äh, da müssen wir ja auch noch die ganzen, ähm, ja, Nischen dekorieren, ne. Oh, hier ist ein Zombie. Ich soll jetzt gucken, dass ich, ähm, auf jeden Fall, ja, hoch genug buddel, damit ich da mal schön die, äh, Treppen hinmachen kann. Äh, ja, äh, so ist das natürlich, äh, toll. Ähm, Belle, kommst du bitte mit? Oh, da ist sogar, äh, ein, äh, Ender-Fuzzi. So, den haben wir. Oh, Lapis! So, ich mach hier mal ein bisschen Licht. Äh, ist das ein Diamant? Ja, Diamanten! Oh Gott, jetzt ist das hier wieder so eine Riesenhöhle, ne. Ah. Neun Diamanten, ja, das hat sich doch gelohnt. Oh, dann gucken wir hier doch auch noch mal lang. Keine Diamanten, schade, aber Redstone. Mensch, also Zeug haben wir wirklich viel eingesammelt jetzt, ne, auf dieser Tour. Wir sind ja auch schon ein paar Parts unterwegs, ne. Das ist ja schon eine Weile. Ich will eigentlich gar nicht alles mitnehmen. Ich möchte gerne nach oben. Ich möchte mich jetzt eigentlich nicht so aufs, ähm, Farmen mehr konzentrieren, denn ich denke, wir haben wirklich ordentlich viel Zeug, äh, gesammelt. Und hier können wir dann auch noch mal mit mal Kondo hin, um eben den Rest dann abzufarmen. Ich gucke noch mal einmal grob. Da ist Lapis. Boah, das ist voller Kohle hier. Oh, okay. Wow. Ja. Merken wir uns. Merken wir uns, dass wir an diesem Ausgang eine, eine Höhle haben, die, äh, voll ist. Also die wirklich bis oben hin voll steckt mit, ähm, irgendwelchen Erzen und Zeug. Also wirklich heftig voll. Das ist eine Schlucht, oder? Also sowas in der Art wahrscheinlich. Oh, guckt euch das an, ey. Okay. Ähm, wie gesagt, wir lassen das. Guckt mal nach oben hin. Das ist, äh, eine Schlucht hier. Ziemlich cool. Also, das müssen wir uns merken. Und wenn ich uns sage, meine ich natürlich euch. Ihr kennt mich ja. Ich vergesse das ja sofort wieder. Ja, ihr müsst mich da dran erinnern, dass hier noch, ähm, ja, dass hier einfach noch eine, eine, ähm, ja, Schlucht auf uns wartet. Ähm, ich werde das jetzt einfach mal so versuchen zu bauen hier mit der Treppe. Und, äh, werde auch versuchen, das einfach Geländer loszulassen, ne? Ich meine, so, ähm, schlimm wird das nicht sein, wenn man da runter fällt, weil das eigentlich gar nicht so wirklich tief ist. So. Aber das Zeug muss ich noch einsammeln da unten. So. Äh, äh, well, du solltest auch mit. In dem Fall. So. Äh, äh, zack. Okay, so, dann machen wir uns hier nochmal ein bisschen Licht. Und dann, ähm, versuche ich jetzt ein bisschen zügiger nach oben zu kommen. Damit wir eben auch die Chance haben, ja, zu schauen, was es da so gibt. Vielleicht gehen wir einen Augenblick über Land. Und gar nicht hier in der Höhle. Da schauen wir mal. Oh. Tschüss. Ähm, ich hab doch nur Schaufel. Okay. Oh, Eisen. Das nehmen wir natürlich noch mit. Oh, das ist auch noch so viel Eisen. Oh. Nicht angekommen. So. Und weiter geht's. Und ab in die nächste Höhle. Oh je. Also hier ist echt viel, äh, Höhlenzeug. Aber wir versuchen da jetzt einfach mal, ähm, durchzukommen und uns irgendwie an die Oberfläche... auch hier scheint es verdammt viel Zeug zu geben. Also dieser Ausgang, ja, also dieser Ausgang ist, ähm, wirklich gut. Da sollten wir also wirklich nochmal das ganze Zeug holen. Ich lass das jetzt bewusst liegen, ja. Also nicht wundern, dass ich da jetzt so gar nichts mitgenommen hab. Ich, ähm, möchte wirklich erst mal, ähm, gucken, dass wir, dass wir nach oben kommen. Jetzt hab ich grad gedacht, das Eisen da in der Wand wäre Diamanten. Also für Diamanten mach ich natürlich eine Ausnahme, ne. Die, ähm, hätte ich natürlich sofort mitgenommen. Wobei wir, glaub ich, jetzt schon viel zu hoch sind für Diamanten. So, ähm, ich würde gerne nochmal Licht machen. Und zwar da. So, und, ähm, weiter geht's. Jetzt wird's wieder ein bisschen einfacher. Zumindest kurz. Ah. Bell, du schubst. Da muss ich da nochmal runter, ne. So. Okay, und, ähm, ja, ein Stück weiter. Licht natürlich. Ja, naja, das kann sich jetzt ja nur um Stunden handeln, bis wir dann endlich da oben angekommen sind. Oh, ne Spinne, hör ich. Also es ist wirklich einfacher, sich, äh, nach oben zu graben, wenn, ähm, wenn da keine Höhlen sind. Das geht ein bisschen schneller. So, aber so langsam sollten wir immer höher kommen. Ach, Manu. Ah, da hat's, hat das gerade getropft, oder? Habe ich mir das eingebildet, das Kohle? Auch die lasse ich jetzt da erst mal hängen. Oh, schon wieder so ein fieser Höhlen-Sound. Also der ist echt gemein. Obwohl der jetzt nicht so schlimm war, wie vorhin, am Anfang des Parts. Der war schon echt krass. Der war so richtig böse. Ah, Tageslicht, Tageslicht. Wir sind oben. Und, äh, da ist Gras und ein Baum. Aber, ähm, irgendwas normales, baumiges. Kein Dschungelbaum. Hallo. Ah ja, ähm, ein, ein Fichtenwald, Biomwald. Okay. Ähm, wir haben also einen Fichtenwald da hinten. Seht ihr das? So, wie das für mich aussieht, ist das schon wieder ein Pack-Eis-Biom, oder? Ist das nur, ja, ein Pack-Eis-Biom. Ähm, juhu, braucht kein Mensch, haben wir doch schon. Ähm, ja, das heißt für uns, hier ist es viel zu kalt. Wir gehen wieder zurück. Ich nehme aber ein bisschen Holz mit. Und dann gehen wir zurück und buddeln noch ein bisschen weiter. Also, maximal noch den nächsten Part. Und danach, ähm, machen wir dann Schluss mit dem Rumgebuddelt und gehen dann zurück ins Resort. Und wenn wir dann kein, ähm, ja, kein Dschungel gefunden haben, dann ist das zwar ärgerlich und traurig, aber wir geben noch nicht auf. So, dann, ähm, gehen wir wieder nach unten. Wir geben schnell was Essen, dann machen wir das Inventar leer und dann buddeln wir weiter. So, ein bisschen, ähm, Power hat unsere Hacke ja noch. Da geht noch was. Weil Reparieren ist ja nicht mal eben so mehr, ne? Da ja die Zeiten sind ja rum. Das nehme ich mit. Da brauchen wir jetzt ja zwingendst ein, ähm, warum habe ich denn keine Rüstung an? Ich habe keine Rüstung mehr an. Ich habe mich schon gewundert gehabt. Ähm, ja, da müsste ich mir doch mal Eisen brennen. Aber es ist jetzt nicht so wichtig. Ah, das habe ich bestimmt, habe ich die Rüstung, ähm, gelöscht, als ich, ähm, die Fakten geschrieben habe. Oh je, da habe ich nicht dran gedacht gehabt. Da ist das bestimmt, äh, passiert. Naja, kostet jetzt ein bisschen Eisen. Ist nicht so, so tragisch. So, ähm, dann würde ich aber sagen, bevor wir uns das nächste Mal hochbuddeln, gucken wir dann doch wieder hier aufs Biom, ne? Was, ähm, die Anzeige sagt. Ich glaube, das ist dann letztendlich ein bisschen, ähm, angenehmer, wenn wir jetzt versuchen, eben ein bisschen schneller voranzukommen. So, was sagt uns eigentlich, äh, das Biom? Tiger, genau, ja, also das ist, äh, ganz das, was ich auch gesagt habe. Naja, zum, ich habe ein bisschen andere Wörter benutzt, aber ja. Gut, okay, ähm, der Part ist schon wieder zu Ende. Ich habe gerade eine Hexe gehört. Cool. So, das packe ich hier noch ein. Aha. Aha, aha. Warum kommt denn jetzt hier Lava? Das finde ich aber nicht so toll. Das machen wir noch eben zu. So, dann ist auch dunkel hier. Oh, 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 Redstone. So viel Redstone und Eisen und Dingsen. Da gucken wir nochmal im nächsten Part, ob wir da eventuell irgendwo ein paar Diamanten noch finden. Das dürfte nämlich hier so richtig, genau richtig für Diamanten sein. Okay, gut. Dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Und im nächsten Part machen wir uns dann am Ende auf jeden Fall auf den Weg zurück ins Resort, damit wir dann am Sonntag die Fakten vorlesen können. Okay, dann würde ich sagen, ähm, ja, sehen wir uns doch im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao. 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 Ciao.